Hier ist 8 Milliarden der Auslands-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja wirklich sehr viel über Schweden geredet und ich wundere mich ein bisschen, dass nicht mehr auch über die Schweiz geredet worden ist. Es ist einfach auch jetzt noch eine Welt, die so wirkt, als gäbe es kein Corona oder zumindest eine Welt, die nicht vergleichbar ist mit der deutschen Lockdown-Welt oder der französischen oder der italienischen. Also die Schweiz ist da einfach seit Wochen mitten in Europa eine Insel, in der man das Ganze einfach nicht so richtig ernst zu nehmen scheint. Ja, regelmäßige 8 Milliarden Hörer werden diese sonore Stimme möglicherweise bereits erkannt haben. Das war Mathieu von Rohr, Ressortleiter Ausland beim Spiegel. Und wir sprechen, Sie ahnen es, über die Schweiz und über den eher ungewöhnlichen Umgang der Schweizer mit dem Coronavirus. Und genau zu dem Punkt, der deutsche SPD-Politiker Karl Lauterbach hat etwas gemacht, was die Schweizer ganz bestimmt ganz großartig finden. Er twitterte kürzlich folgendes. Die Schweiz zeigt, dass ohne konsequentes Handeln jeder Versuch, einen Kompromiss mit dem Coronavirus auszuhandeln, magisches Denken ist. Stattdessen gibt es echte Tote und eine unfassbar anstrengende, traurige Arbeit in den Kliniken. Der Preis für den Kommerz. Nett ist es nicht, was Herr Lauterbach da schreibt. Aber Fakt ist, der Schweizer Umgang mit dem Virus in den vergangenen Monaten war, um es nett zu sagen, entspannt. Obwohl die Zahlen zuletzt geradezu exponentiell gestiegen sind, die Intensivstationen sich rasend schnell füllten, die Fallzahlen zum Teil doppelt so hoch wie in Deutschland waren, gab es kaum Einschnitte von Seiten der Politik. Zumindest tagsüber ist praktisch alles geöffnet. Vom Kaffee zum Spaßbad bis hin zum Bordell. Kritiker hingegen sagen, das kann nicht so weitergehen. Das Virus ist in der Schweiz außer Kontrolle. Jetzt berät zwar der Schweizer Bundesrat, möglicherweise doch noch eine Art Lockdown-Light einzuführen, aber unabhängig davon finde ich ja eigentlich eine ganz andere Frage interessant. Nämlich, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie kann es sein, dass ein Land, das weltweit für Präzision, für Kompetenz, das einen Ruf hat, die Sachen perfekt zu machen, dass so ein Land so daneben liegt? Das versuche ich heute mit gleich zwei Gesprächspartnern zu klären. Mathieu von Rohr ist, wie gesagt, Ressortleiter Ausland des Spiegels. Wir haben ihn ja gerade gehört. Er ist gebürtiger Schweizer und wir werden gleich nochmal mit ihm sprechen. Und außerdem rede ich mit Walter Mayer. Er ist Spiegel-Korrespondent in Österreich, hat sich aber zuletzt vor allem mit der Schweiz und der Corona-Reaktion dort beschäftigt. Walter, was fandst du gerade jetzt interessant an der Schweiz? Ja, ich sitze ja hier in Wien und dachte mir, alle reden über den schwedischen Weg oder über das bayerisch-österreichische Gerangel zwischen Markus Söder und Kanzler Kurz über den richtigen Weg. Aber andererseits haben wir direkt vor der Haustür hier ein Land, das sich ja entschieden hat, einen extrem ungewöhnlichen Weg einzuschlagen. Sozusagen konsumfreundlich, aber gesundheitspolitisch doch merkwürdig, nämlich die Schweiz. Und auch wenn das von Wien gerechnet sechs Stunden westlich liegt, dachte ich mir, es wäre ja interessant, sich anzusehen, warum dort Skigebiete in Betrieb sind, genauso wie Restaurants, Wellness-Einrichtungen, Casinos, Bordelle, alles in vollem Betrieb. Man liest das staunt, ungläubig, vielleicht auch etwas neidisch. Nun läuft man ja in so einer Recherche immer durch bestimmte Phasen. Was war denn gleich zu Beginn anders, als du erwartet hattest? Naja, ich fand zum einen sehr auffällig, dass die politischen Verantwortlichen, selbst ehemalige politische Verantwortliche, höchstgradig zurückhaltend sind mit Auskünften. Also das hat eher meine Vorurteile über die Schweiz bestätigt. Es ist sehr schwer, zumindest als ausländisches Medium, da ranzukommen und zu sagen, wie denkt ihr euch das denn? Passt ein bisschen zum hermetischen Charakter des Landes, würde ich sagen. Und ansonsten fand ich besonders beeindruckend die Aufopferung der Leute, die der Wahrheit ins Gesicht sehen. Also ich war in der Intensivstation im Kantonsspital St. Gallen. Die haben mich sogar in den entscheidenden Raum reingelassen. Einen der wesentlichen Räume, da liegen jeweils vier Schwerstkranke. Wir sind jetzt an der obersten Kapazitätsgrenze. Und zu sehen, wie die Leute da sich engagieren und ihr Bestes tun. Und 300 Meter schräg gegenüber hat das Spielcasino St. Gallen geöffnet, und zwar ab 9 Uhr früh, mit mäßigem Publikumstuspruch, aber immerhin. Das sind zwei Welten, zwei Parallelwelten, die man sich schwer vorstellen kann. Mit welcher Grundhaltung bist du eigentlich losgefahren? Naja, man hat natürlich klassische Klischees im Kopf, bevor man sich auf den Weg macht. Die Schweiz immer etwas Besonderes. Nicht in der EU stolz auf die eigene freiheitsbetonte Geschichte, seit Jahrhunderten in keinen Krieg, in kein Gemetzel verwickelt. Also insofern denkt man, möglicherweise passt dieser Sonderweg auch zur Schweizer Geschichte. Und ich würde sagen, bei näherer Betrachtung drängt sich der Gedanke auf, dass das eine mit dem anderen schon zu tun hat. Also die Schweizer sehen sich per Definitionen irgendwie als Anti-Mainstream und pflegen ihre jeweiligen Eigenarten in den 26 Kantonen, sind auch stolz darauf. Wie man dann feststellt, ist das vielleicht auch Teil des Problems, weil es natürlich zentralstaatliche Lösungen, wie sie zum Beispiel in Frankreich oder speziell in Frankreich erwünscht und auch gang und gäbe sind, in der Schweiz praktisch unmöglich und auch nicht erwünscht sind. Zumindest mit dieser Neugier bin ich losgefahren, rauszufinden, ob das dann auch so stimmt, ob innerhalb von drei Kilometern unterschiedliche Kantone auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen könnten. Und? Kommen Sie? Es sieht so aus und es hält auch an, dieser Trend. Ganz konkreten Beispiel, ich habe mich überwiegend mit dem Kanton St. Gallen beschäftigt, der auch an dem Bodensee grenzt, aber dann weit reingeht ins Land, der Skigebiete hat, aber auch anderes. Und dort herrschte und herrscht bis jetzt die Angst, wenn sie das tun würden, was nötig erschien, nämlich Skilifte sperren, Restaurants sperren, Singen in der Kirche und beim Jodel-Festival verbieten, dann würden die Graubündner, also im angrenzenden, südlicher gelegenen Graubünden, den Profit daraus ziehen und einen Teil des Cashflows sich zu eigen machen. Das war der Eindruck, der sich nicht nur auf diese zwei Kantone bezieht, sondern allgemein, die leben einen sogenannten Konkurrenzföderalismus, nennt man das. Das heißt, die Eigenheiten der Kantone werden respektiert, aber man beobachtet auch haargenau, was nebenan passiert und möchte volkswirtschaftliche Schäden vermeiden. Das ist in der Pandemie eine große Gefahr. Walter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Recherchereisen, die ich gemacht habe, gibt es immer einen Gesprächspartner, der mir besonders in Erinnerung bleibt. War das bei dir auch so? Ja, ich fand irgendwie fast schon paradigmatisch den Manager für Hotels und Gastronomie am Santisberg, den Herrn Brülisauer, der sagt, wissen Sie, in meiner Seele bin ich zerrissen. Der Verstand sagt mir, wir bräuchten einen landesweiten Lockdown. Der Geldbeutel bzw. der Blick auf den Kontostand sagt mir, es sollte genauso weitergehen wie bisher. Wir sind an und für sich Krisenprofiteure. Es kommen auch Leute aus Österreich und Süddeutschland, die den Lockdown nicht mehr haben wollen, die frische Luft haben wollen. Und dieses in meiner Seele schlagen zwei Herzen, das ist sehr typisch. Ich glaube, er würde sich im Bedarfsfall doch eher für den Kontostand entscheiden. Aber ihm war völlig klar, dass eigentlich dringendst und zwar noch vor Weihnachten eine Entscheidung anstünde, die bedeutet, dass er seinen Lift zumachen muss und seine Restaurants schließen muss. Und das, glaube ich, ist in der nationalen Psychologie ähnlich. Man weiß es eigentlich, aber man möchte es nicht wirklich wahrhaben. Die Lage ist in der Schweiz wirklich seit Wochen schlimm. Es fing Ende Oktober an, als die Zahlen der Neuinfektionen zum Teil doppelt so hoch lagen wie in den USA pro Kopf gerechnet. Jetzt liegen sie immer noch doppelt so hoch wie in Deutschland pro Kopf gerechnet. Die Intensivstationen sind am Rande ihrer Kapazität. Es gab am Wochenende einen Brief der Chefs der fünf Schweizer Unispitäler, die sagten, das geht so nicht weiter. Denn die Schweiz hat im Gegensatz zu Deutschland trotz dieser massiven, dieser sehr hohen Zahlen einfach wenig unternommen. Die Gründe dafür sind relativ kompliziert. Darüber reden wir sicher gleich. Aber es ist so, dass in der Schweiz einfach bis letzte Woche eigentlich noch komplett alles war, wie immer. Und auch diese Woche ist es immer noch so, Restaurants sind offen, wenn auch nur bis 19 Uhr. Die Skigebiete sind weiterhin geöffnet, was in den Schweizer Nachbarstaaten für Ärger auch gesorgt hat. Also es herrscht so eine Art Business as usual in der Schweiz und erst jetzt gerade ändert sich das so ein bisschen. Aber ganz lange hat man es einfach laufen lassen, obwohl die Zahlen sehr schlimm sind und auch nicht besser wurden. Mathieu, wie erklärst du dir das, dass die Schweiz das so lange laufen ließ? Ich glaube, ganz lange dachte man in der Schweiz, dass ja alles gut läuft, weil am Anfang ja auch alles gut lief. Und in den letzten Wochen, als diese Zahlen wirklich aus dem Nichts so explodiert sind, Anfang Oktober ging das los. Und da gibt es eine Kurve, die wirklich ganz steil hochgeht, alles überholt, die EU, Deutschland, die USA und dann erst im November ein bisschen runtergeht. Man dachte sehr lange, man kriegt es auch so hin, glaube ich. Und ein Grund dafür ist sicher das Schweizer Regierungssystem. Manchmal hatte ich aber auch das Gefühl in diesen vergangenen Wochen, ob es nicht vielleicht in meinem Land so eine Art Unverwundbarkeitsglauben gibt. Dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass einem was richtig Schlimmes passieren könnte. Weil der letzte Krieg, der auf Schweizer Boden stattfand, war 1847 und der hat auch nur ein paar Wochen gedauert. Und es war auch eine relativ kurze und nicht so blutige Angelegenheit. Und seither ist uns nichts richtig Schlimmes mehr passiert. Du hast eben das Regierungssystem angesprochen. Was hat denn bitteschön das Regierungssystem mit der jeweiligen Corona-Reaktion zu tun? Die Schweiz ist ja von außen betrachtet so ein bisschen eine Blackbox. Ich glaube, die meisten Menschen, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, verstehen dieses politische System nicht, können es auch gar nicht verstehen. Es ist auch einfach wirklich sehr kompliziert. Man muss das so ein bisschen mit der Muttermilch eingesogen haben. Und das hängt aber ganz viel damit zusammen, wie die Schweiz organisiert und strukturiert ist. Es gibt ja, wenn man von außen auf die Schweiz guckt, weiß man ja auch nie, wer da gerade eigentlich der Regierungschef ist, weil es so etwas eben auch nicht gibt. Und das ist sozusagen kein Bug, wie man auf Englisch sagen würde. Das ist kein Fehler, das ist ein Feature. Das ist der Sinn der Sache. Man soll eigentlich nicht wissen, wer gerade der Chef ist. Die Schweiz wird eigentlich auch in vielerlei Hinsicht eher verwaltet, als dass sie regiert wird. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, nur im Moment halt nicht. Ich glaube, wenn eine Krise kommt, dann ist dieses Regierungssystem nicht so richtig geeignet. Also die Schweiz wird gekennzeichnet, glaube ich, durch zwei Dinge. Zum einen ein Föderalismus, der noch viel stärker ausgeprägt ist als in Deutschland, was man sich ja vielleicht kaum vorstellen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Schweiz eigentlich die Gemeinden zum Teil sogar eigene Steuern erlassen, dass die eigentlich bestimmen, wie hoch zum Beispiel die Steuern sind, die die Menschen zahlen müssen. Das ist einfach noch stärker als in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist das Schweizer System so aufgebaut, dass es eigentlich immer ein Miteinander möglich sein soll, eine Konkordanzdemokratie. Das heißt, es gibt jetzt keine erbitterte Konkurrenz zwischen Lagern, so wie in Deutschland, sondern selbst die Regierung ist nach so einem Art ewigen, großen Koalitionsprinzip aufgebaut. Und da sitzen sieben Leute. Nach einem festen Schlüssel werden diese Sitze vergeben nach Parteienstärke. Und von rechts bis links sitzen da sieben Minister, die als Kollegium über alles Mögliche entscheiden. Die treffen letztlich Mehrheitsentscheide oder Zusammenentscheidungen. Nur, wenn die etwas entschieden haben, heißt das noch lange nicht, dass das auch wirklich eintritt. Weil am Ende gibt es in der Schweiz ja immer noch das Volk, das über alles abstimmen darf. Und zwar von Gemeindeebene, wo wir abstimmen dürfen über Turnhallenkredite und Verkehrskreisel bis auf nationaler Ebene zur Frage, ob ein Minarettverbot in die Verfassung geschrieben wird oder ein Abkommen mit der EU genehmigt wird. Und das heißt, die Regierung hat zwar eine gewisse Macht, aber diese Macht wird auf ganz viele Weisen immer wieder gebrochen. Und es soll keiner die Macht haben. Und das funktioniert eigentlich sehr gut für ein Land, das ja aus vier Sprachregionen besteht, aus 26 Kantonen. Aber manchmal gibt es eben Momente, da bräuchte es jemanden, der sagt, was passieren soll. Das heißt also, die Schweiz scheitert gerade nicht zuletzt daran, dass sie die Gewalt so zerfasert hat. Ich glaube, man muss noch etwas Zweites hinzufügen. Und das ist, es gibt in der Schweiz einen sehr starken Liberalismus. Also der Liberalismus ist das Staatsgründungsprinzip der Schweiz. 1848 wurde die Schweiz gegründet. In der Schweiz hat die liberale Revolution, die es ja auch anderswo in Europa gab, aber niedergeschlagen wurde, in der Schweiz hat sie gesiegt. Und dieses liberale Staatsverständnis, das am Anfang des Schweizer Staates stammt, hat die Schweiz bis heute geprägt. Und in den drei Ländern, in denen ich gelebt habe, in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich, da sind die Schweizer auf jeden Fall diejenigen, die am allerwenigsten von ihrem Staat erwarten. Die möchten eigentlich, dass der Staat sich möglichst aus Dingen raushält, dass er nicht eingreift, dass er niedrige Steuern hat dafür, aber auch eher jetzt nicht so viel eingreift in die Wirtschaft und so weiter. Am anderen Ende, würde ich sagen, sind die Franzosen, die erwarten von ihrem Staat eigentlich alles. Und die Deutschen sind so ein bisschen hinter den Franzosen. Die erwarten auch relativ viel vom Staat, aber weniger als die Franzosen, aber doch deutlich mehr als die Schweizer. Das heißt, dass der Staat einfach irgendwie ins öffentliche Leben, in die Wirtschaft und so weiter eingreift, das ist auch eigentlich unschweizerisch. Und jetzt kommen da zwei Dinge zusammen. Also auf der einen Seite Liberalismus, auf der anderen Seite irgendwie Unwillen, dass da ein Staat einfach irgendwie die Macht oder eine Regierung die Macht an sich gereist. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen zu diesem Versagen geführt. Das Verrückte ist aber, dass eigentlich die Schweizer Regierung durchaus die Macht hätte, all diese Dinge zu tun. Weil wenn wir nämlich in den März zurückschauen, als es ja auch in Deutschland einen Lockdown gab, da gab es in der Schweiz auch einen Lockdown. Der Bundesrat hat sich heute erneut mit dem Coronavirus beschäftigt. Meine Damen und Herren, die Situation ist schwierig. Deshalb hat der Bundesrat heute genau entschieden, die Massnahmen zu verstärken mit diesem Veranstaltungsverbot ab 100 Personen, die bis am 30. April gilt und das ab sofort. Sie haben auch gesehen, dass wir haben für die Veranstaltungen weniger als 100 Personen, die bleiben erlaubt. Aber nur wenn bestimmte Schutzmassnahmen eingehalten werden. Und da hat die Schweizer Regierung, der Bundesrat, einfach für das ganze Land Regeln erlassen. Das kann sie nämlich sogar. Im Gegensatz zur deutschen Bundeskanzlerin, die muss ja immer Markus Söder und Armin Laschet und alle an den Tisch bringen und dann muss sie mit denen streiten. Und am Ende kommt dabei irgendein Kompromiss raus. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten Monaten. Und in der Schweiz, die noch föderalistischer ist als Deutschland, ist es aber so, da kann die Regierung einfach sagen, wir haben jetzt hier eine Epidemie. Es ist eine außerordentliche Lage. Und wir, die Regierung, wir machen jetzt einfach, wir erlassen Regeln fürs ganze Land. Und das haben sie gemacht im März. Dann im Juni hat man gesagt, jetzt ist es vorbei. Sehr geehrte Damen und Herren, der Bundesrat hatte Mitte März die außerordentliche Lage erklärt. Wir hatten damals über 1000 neue Ansteckungen pro Tag. Jetzt sind es noch 10 bis 15 Fälle pro Tag. Diese erfreuliche Entwicklung sieht man unserem Land an. Die Schweiz ist in den letzten Tagen aufgeblüht. Und statt von Lockdown reden wir vor allem über Lockerungen. Und dann hat man von einem Tag auf den anderen einfach mehr oder weniger alles wieder zugelassen. Grossveranstaltungen, alles Mögliche wurde plötzlich wieder erlaubt. Und das war, glaube ich, der Moment, wo die Regierung sich gesagt hat, jetzt haben wir das ein paar Monate lang aufrechterhalten. Wir haben drei Monate lang dem Land vorgeschrieben, wie es durch diese Krise zu kommen hat. Jetzt machen wir das einfach nie wieder. Und ich glaube, die hatten gewissermaßen Angst vor der Macht, die sie sich da selber genommen haben in dem Moment. Und das hat dazu geführt, dass einfach die nächsten Monate die Regierung nichts mehr gemacht hat. Und die Kantone sich quasi selbst überlassen wurden. Und jeder Kanton dann selber irgendwie was entschieden hat oder auch eben nicht. Und so ist die Schweiz reingeschlittert in dieses Desaster. Mich fasziniert noch immer der Gedanke, dass ein politisches System versagt, weil es vor der Macht, die es hat, zurückschreckt. Und diese Macht gar nicht will. Was ja eher ungewöhnlich ist, wenn man sich das gemeinhin bekannte Verhalten von anderen Politikern in anderen Teilen der Welt anschaut. Es ist einfach ein System, was nicht für Krisen ausgelegt ist, sondern es ist ein System, was dann super funktioniert, wenn es läuft. Und normalerweise läuft es ja auch. Und immer dann, wenn es krisenhaft wird, gerät dieses System an seine Grenzen. Und es ist halt einfach alles auch sehr eigen und sehr auf Schweizer Bedürfnisse ausgelegt. Und da funktioniert es auch. Man könnte jetzt noch damit anfangen, dass dieser Bundesrat, dieser Siebenköpfige, die sind natürlich alle auch immer anderer Meinung. Dann gibt es dann zum Beispiel den einen, das ist der SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Und der Ueli Maurer, der macht dann immer bei Pressekonferenzen, wo es darum geht, ob jetzt doch wieder Maßnahmen verkündet werden sollen, verzieht er dann so demonstrativ das Gesicht oder gähnt oder so, um einfach der Öffentlichkeit zu zeigen, naja, er hält das sowieso alles für Quatsch, diese ganzen Maßnahmen. Aber das sagt man dann halt nicht so richtig öffentlich, weil man ist ja eine Kollegialbehörde als Regierung. Und er wurde dann halt wahrscheinlich überstimmt oder er musste sich dann irgendwie beugen. Und dann gibt es eben auch diejenigen im Bundesrat, wie zum Beispiel den Gesundheitsminister, der härtere Maßnahmen will oder die eine christdemokratische Bundesrätin Viola Amherd, die zum Beispiel auch für einen härteren Lockdown wäre. Aber das wird alles hinter den Kulissen ausgefochten. Das erfährt man dann immer so in den Medien manchmal, wer dafür, wer dagegen war. Das wird aber nie offen ausgesprochen. Man ist ja quasi, man ist ja eben nur Kollegialbehörde und man fällt sich nicht öffentlich in den Rücken. Aber man darf dann doch so ein bisschen bei der Pressekonferenz rumgähnen, um zu zeigen, was man eigentlich denkt. Also Matthieu, ich kann dir als gebürtiger Spanier sagen, der wahrlich ein anderes politisches System und eine andere Diskussionskultur kennt. Das ist das Charmanteste, das Schweizerischste ist, was ich jemals gehört habe. Nämlich, dass man seinen Unmut über eine politische Entscheidung mit provokantem Gähnen ausdrückt. Es ist so unfassbar süß. Wir sind ein kleines Land und das ist etwas, was man auch immer sich merken muss in der Schweiz. Wir sind ein kleines Land mit sehr unterschiedlichen Teilen, Sprachregionen, konfessionell unterschiedlich, Stadt, Land. Es ist ein sehr kleinräumiges Land mit sehr vielen Unterschieden. Und es geht darum, sich möglichst immer nicht zu sehr auf die Füße zu treten, weil man muss ja immer noch zusammenarbeiten. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz großes Grundprinzip überhaupt in der Schweiz. Man muss ja auch immer mit dem anderen noch zusammenarbeiten können. Man trifft sich immer nicht zweimal, sondern dreimal, viermal, fünfmal oder sechsmal im Leben. Und auch deswegen muss man, was Kritik und Konfrontation angeht, sich immer ein bisschen zurückhalten. Und das ganze schweizer politische System ist letztlich auf diesem Prinzip aufgebaut, dass man halt möglichst sanft miteinander umgeht. Ich würde zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken aufgreifen, der mir in Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Leuten in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist. Und zwar inwiefern ein gewisses Selbstbewusstsein als Land in der Corona-Krise durchaus ein Nachteil sein kann. Also sagen wir so, ein Spanier oder eine Spanierin hat es jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, dass Spanien die Pandemie ziemlich vermasselt hat. Und ich glaube, das ist substanziell anders vielleicht in der Wahrnehmung als, sagen wir mal, bei einem Deutschen oder einer Schwedin oder bei einem Schweizer. Ja, ich glaube, in der Schweiz haben wir immer schon das Gefühl, dass wir die Dinge grundsätzlich besser machen als die anderen. Ich glaube sozusagen, wenn es einen schweizerischen Patriotismus gibt, dann gründet er sehr stark auf dem Gefühl, wir sind letztlich schon irgendwie die Besten und wir machen es besser als alle anderen. Das ist auch ein bisschen vergleichbar mit einem gewissen deutschen Überheblichkeitsgefühl. Und ich glaube schon auch, dass in dieser Krise einfach das Gefühl, naja, läuft doch alles gut bei uns. Und die erste Welle haben wir auch super mit so einer gewissen Gelassenheit gemeistert, dass das trügerisch war. Und dieses Unverwundbarkeitsgefühl, glaube ich, ist schon etwas, was die Schweizer oder was wir Schweizer ein bisschen haben, weil wir einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte letztlich von allen schlimmen Dingen auf der Welt verschont geblieben sind. Und ich glaube, dass eben man sich gar nicht so richtig vorstellen konnte, dass dieses Virus auch uns so stark unsere Grenzen bringen würde. Das ist schon ein Gefühl, das ich habe. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast durch Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Spiegel-Kollegen Mathieu von Rohr und bei Walter Mayer für die gewonnenen Einsichten. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Wir hören uns wieder nach der Winterpause von 8 Milliarden. Das wäre dann am 15. Januar. Ich wünsche Ihnen bis dahin Kraft, Geduld und gute Nerven. Etwas in mir sagt mir, dass wir das zumindest für die ersten paar Monate im Jahr 2021 weiterhin brauchen werden. In diesem Sinne, lassen Sie sich nicht unterkriegen und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen bis dahin Kraft, Geduld und gute Nerven. Vielen Dank.